da sind wir wieder zu einer weiteren folge skyfactory 3 ja auf screen habe ich ein bisschen was gemacht und zwar fehlt jetzt hier eine ganze ecke hier lasse ich mir was besonderes einfallen die felder die haben glaubt das letzte mal noch erweitert und ihr seht aber auch hier ist alles verschwunden so muss ich glatt mal gucken da ist noch was drin das kann man erstmal raus und das kann man jetzt erst einmal abbauen das wird hier oben nicht mehr benötigt so dass und das hier kommt alles weg so hier hinten haben wir ja platziert ich habe off screen noch ein paar festplatten hergestellt aus dem einfachen grund die festplatten herzustellen ist ja zeitaufwendig und ich wollte das nicht in den folgen machen sonst wäre ich dazu gar nichts mehr gekommen so wir gucken kurz hier rein auffüllen gold haben wir wieder en masse ja können wir demnächst das nächste nach kippen was haben wir da dann copper aluminium nickel und selber so heute wird aber angefangen die ecke für botanien erst einmal vorzubereiten dazu brauchen wir dort und einen bilder swan wo ist unser bilder swan wo ist keine ahnung wo der ok falls ihr das gesehen habt zum der händler gerade raus getappt bilder swan nein den wollen wir nicht geben einfach mal wand ein so wir hauen uns gleich den hier raus wir haben es wir können es genau so hier kommt botanien hin ja da kommt botanien hin vor allem botanien alles klar haben wir denn noch grass seeds einen warum nur einen so wird grün und wir könnten eigentlich schon mal anfangen dann holen wir uns das büschlein hier raus was wir aus der lootkiste gekriegt haben raus mit dir so botanien bla 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 ne ich will kein video sehen so basic und machine welcome to botanien das haben wir doch gerade gelesen das wollen wir auch nicht garden gut wo bekommen wir das hier her garden of glass create saplings was wir brauchen irgendwas wir brauchen irgendwas irgendwas brauchen wir living woods wie kommen wir an die pflanze dazu brauchen wir das da wie kommen wir dazu wie kommen wir dazu ok wir werden uns dann wohl doch erst einmal mit etwas anderen beschäftigen jetzt muss ich nachgucken wie heißt der mod hat mystical ok auch ne scheiße ich habe vergessen auszuleuchten erstmal hier mystical verpiss dich doch man so jetzt könnt ihr machen was ihr wollt ihr dreckigen biester sterben werdet ihr so oder so 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 was habt ihr jetzt davon ok wir haben ja schon einiges wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal redstone pflanzen herstellen redstone seeds scheiße erst einmal nur zwei stück das reicht uns vollkommen aus so so glowstone brauchen erstmal nicht nether quads wäre natürlich angebracht aber wir haben kein quads dirty summer stone brauchen wir nicht wasser ähm elektrum elektrum äh äh bitte oh lol ok das ist jetzt aber etwas und so ähm machen wir erstmal das hier hä warum so hier machen wir mal zwei stack äh vier stacks davon dann gehen wir mal auf die orangenen ok und dann direkt auf die blauen aber davon stellen wir nicht so viele her ja 16 stück reicht erst einmal das elektrische stil redstone die arschloch spinne so ähm energetik das braucht blau ach du scheiße ähm pulsating iron ja ihr seht das ist nicht so einfach ähm so die mob von unten wirft er genug ab so vier stück ähm vibrant alloy wir brauchen auch rot ja luri brauchen wir nicht draconic ok black quads beseit energetic alloy fehlt uns das energetic vibrant da brauchen wir auch ganz ehrlich eins zwei drei vier und da sind die blauen dinge auch schon wieder weg aber warum habe ich das hier nicht mehr bitteschön gold redstone glowstone ja wir haben kaum redstone das das und das aber mir bleibt nichts anderes übrig ich werde das wohl herstellen müssen so anmachen ähm experience seeds braucht man nicht diamond braucht man nicht emerald nein zombie nein pig nein ähm äh ja uh uranium elektrum und das ist leider gottes die katze meiner ex es tut mir leid katze sei ruhig ähm stahl könnte man aber herrschen scheiße uns fehlen ja die blauen da war ja was ja vier ähm was wollte ich jetzt erstellen stahl 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 und zu das da auch kommt schon kinder ist es kann doch nicht wahr sein kann man die anderen zieht sie nicht eigentlich auch an pflanzen da bin ich jetzt das würde mich jetzt mal interessieren diese hier geht einfach warum geht das nicht das ist jetzt seltsam ach so hier redstone erst einmal dahin das war nämlich auch demnächst brauchen und was wir ich weiß einfach nicht mit was ich anfangen soll ist die ich brauche halt noch mehr blaue brauche ich wieder orange das heißt brauche wieder die grünen okay dann gucken wir mal ganz kurz hier rein gab natürlich auch noch ein bisschen was aber besser als gar nichts so so erstmal alles da reinschmeißen die lootbags werden wir irgendwann mal öffnen wenn ich Lust habe so die grünen haben wir gemacht dann brauchen wir orange ich glaube ich habe gerade zu viel hergestellt wir brauchen die blauen so katze du nervst du nervst geh sterben das war jetzt dark stil okay das müssen wir natürlich auch noch herstellen oh und solarium kann man das herstellen nein uns fehlen die blauen seeds die da nein wir haben keinen orangenen so jetzt zwei mal die blauen komm eins zwei und jetzt müssen wir hier wo ist das nee ich will dieses solarium haben da nein warum das geht nicht das geht auch nicht die kann ich ich brauche halt wirklich erste mal und was hier von den entfernen essenzen gibt es nicht irgendeine möglichkeit das schneller wachsen zu lassen ich weiß es gibt den crow crystal ähm ähm war der von hier ne da ist er was brauche ich dazu das da 1 2 3 ach kommt nee was ist denn das hier irgendwie will mich das spiel heute richtig hart ja schwem gut als ob ich schwemme hab cool crystal tier 2 nee dann müssen wir uns den hier machen den empowerer Schlüssel, ach da brauchen wir auf einmal wieder Quarz, du Kackpratze, wir haben gleich einmal vier Stück, so das, dann das hier, nochmal Block auf Quarz, jaaa, aber eins, ach so, das muss ich ja dann, okay, dann brauchen wir, nein, das da brauchen wir noch, und das da, Hammer, äh, das da, eins, zwei, ähm, gut, so, so, ähm, hier, wo ist die Bzzz-Maschine, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, so, die haben wir jetzt, äh, eins, zwei, drei, haben wir ein Schüssel, jaaa, so dann einmal hier runter gehen 123 genau sehr schön so das da rein und dann können wir das schon mal bauen dann brauchen wir diese komische batterie das 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 ok ok dazu muss wieder redstone bestimmt klein machen ja das was man nicht gerade wirklich haben aber es geht nicht anders so 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 anschalten hast du noch genug saft drauf katze du nervst so dann geht das jetzt los ja das braucht man wieso verklick ich mich jedes mal 123 123 so eins zwei denn wir brauchen eine volle ok dann machen wir warte mal hä mir wird hier eine andere angezeigt egal die singleplayer machen wir erstmal voll ich brauche eine doppel layer so und dann brauchen wir dafür noch so ein kristall egal die andere batterie kann man auch gut gebrauchen die lassen wir jetzt erstmal voll laufen und den rest machen wir in der nächsten folge ich werde mich bestimmt wieder aufs screen hinstellen und erz durchschmelzen und wir sehen uns zur nächsten folge jetzt 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 Dann, somebody, never